Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3792 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Du störst nie. Du kannst mich jederzeit anrufen. Ich helfe dir gerne. Du störst nie. Du kannst mich jederzeit anrufen. Ich helfe dir gerne. Du störst nie. Du kannst mich jederzeit anrufen. Ich helfe dir gerne. Hier am Fluss ist es sehr angenehm, denn es weht immer eine frische Brise. Hier am Fluss ist es sehr angenehm, denn es weht immer eine frische Brise. Hier am Fluss ist es sehr angenehm, denn es weht immer eine frische Brise. Möchtest du dieses Getränk probieren? Es ist erfrischend und schmeckt wie Malzbier. Möchtest du dieses Getränk probieren? Es ist erfrischend und schmeckt wie Malzbier. Möchtest du dieses Getränk probieren? Es ist erfrischend und schmeckt wie Malzbier. Tagsüber sitzen wir oft auf der blauen Holzbank und beobachten die Passanten. Tagsüber sitzen wir oft auf der blauen Holzbank und beobachten die Passanten. Auch dein Mobiltelefon sollte gelegentlich gereinigt werden. Auf der Oberfläche können sich viele Viren und Bakterien befinden. Ich bin heute nicht in bester Stimmung. Hier hängt aus Sicherheitsgründen ein Rettungsring. Hier hängt aus Sicherheitsgründen ein Rettungsring. Anschließend wird das Haar mit einem Föhn leicht getrocknet. Ein Teil der Feuchtigkeit bleibt erhalten. Nach meiner langjährigen Erfahrung ist es besser als Haare trocken zu färben. Anschließend wird das Haar mit einem Föhn leicht getrocknet. Ein Teil der Feuchtigkeit bleibt erhalten. Nach meiner langjährigen Erfahrung ist es besser als Haare trocken zu färben. Der Radfahrer benutzt jetzt ein Fahrradschloss, weil sein Fahrrad schon einmal gestohlen wurde. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Auf jeden Fall schmeckt der Kaffee in unserem eigenen Restaurant am besten. Auf jeden Fall schmeckt der Kaffee in unserem eigenen Restaurant am besten. Auf jeden Fall schmeckt der Kaffee in unserem eigenen Restaurant am besten. Unser Team beantwortet gerne Ihre Fragen und nimmt Ihre Bestellungen entgegen. Mein Teddy muss unbedingt mit aufs Bild. Sonst ist er traurig. Unser Auto hat eine Panne. Papa hat vergessen zu tanken. Unser Auto hat eine Panne. Papa hat vergessen zu tanken. Reisen ist und bleibt eine Lieblingsbeschäftigung vieler Deutscher. Entspannung steht an erster Stelle. Reisen ist und bleibt eine Lieblingsbeschäftigung vieler Deutscher. Entspannung steht an erster Stelle. Reisen ist und bleibt eine Lieblingsbeschäftigung vieler Deutscher. Entspannung steht an erster Stelle. Ich habe dich noch nie hier gesehen. Seit wann arbeitest du im Blumenladen? Ich habe dich noch nie hier gesehen. Seit wann arbeitest du im Blumenladen? Ich habe dich noch nie hier gesehen. Seit wann arbeitest du im Blumenladen? Wir sind krank. Wir haben nicht nur Schnupfen, sondern auch Husten. Wir sind krank. Wir haben nicht nur Schnupfen, sondern auch Husten. Ich brauche die Leiter in der Küche, damit ich das Geschirr in die Schränke einräumen kann. Ich brauche die Leiter in der Küche, damit ich das Geschirr in die Schränke einräumen kann. Ich brauche die Leiter in der Küche, damit ich das Geschirr in die Schränke einräumen kann. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages zu den Gewinnern gehören und eine Bronze-Medaille erhalten würde. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages zu den Gewinnern gehören und eine Bronze-Medaille erhalten würde. Dieses Haus macht mich fertig. Überall ist Unordnung. Dieses Haus macht mich fertig. Überall ist Unordnung. Ich möchte drei Stücke von diesem Kuchen und sieben normale Brötchen. Ich möchte drei Stücke von diesem Kuchen und sieben normale Brötchen. Ich möchte drei Stücke von diesem Kuchen und sieben normale Brötchen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.